Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und heute sind wir mal wieder als Killer unterwegs. Und nein, diesmal ist es keine Aufzeichnung aus dem Stream. Auch wenn das wesentlich schneller gegangen wäre. Ein Mate hat sich diese Map gewünscht. Und ich habe gerade einen Schrecken meines Lebens bekommen. Mein PC ging nicht an. Der ging einfach nicht an. Ich weiß nicht warum. Ich habe es aber hinbekommen. Also irgendwie ist er jetzt an. Aber... Er ging nicht an und ich bin gerade immer noch so... Nein, warum? Ich habe jetzt Angst, dass er einfach ausgeht oder irgendwas Schlimmeres kaputt ist. Ich hoffe, er hält durch. Und ich hoffe, die Aufnahme ist in Ordnung. Es hat übrigens auch jemand ein Offering mitgenommen, dass die Haken weiter auseinander sind. Das finde ich auf der Map richtig böse. Ähm... Achso, warte mal. Ich habe Barbecue. Hinter dem Gucken... Oh, Gender-Lumann oben. Die gehen mal hoch. Es hat sich... Der infiziert? Ich war gerade so... Hä? Wieso? Was ist da los? So, jetzt haben wir sie verletzt. Ah! Da hinten hat es geknallt. Mengen sie erst mal. Hier ist auch direkt ein Haken. Das ist cool. So, wir haben ein Barbecue Und es gibt einfach nichts Es ist gut gelaufen, David So, da haben wir einen David schon wieder Dort hinten war wer? Hinten bei der Palette lief jemand Er kämpft nicht Ich muss auch sagen Ich habe in letzter Zeit So schlimme Runden DVD als Survivor Es gibt nur Disconnects Ich habe gestern Zwei Stunden versucht DVD aufzunehmen Und es ging nicht Weil wir immer nur Disconnects Drinnen hatten Also ich Verfolgen sie einfach mal Irgendwann ist der Spaß auch vorbei Zumal sie jetzt gerade verletzt wurde Ich hoffe nicht, dass mein OBS Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschalten Das ist aufgeploppt Ich wollte gerade schon sagen Im OBS ist irgendeine Warnung aufgeploppt Aber ich habe irgendeine Errungenschaft Ich sehe einfach mit Barbecue niemanden Ich bin zu doof für Barbecue Kann das sein? Natürlich, wenn ich gehe weg Ich weiß, ich bin gerade sehr campy Äh Müssen wir die Generatoren Checken Nicht schön Wollen wir uns Ach komm, wir holen uns mal Was mache ich überhaupt Jetzt spucke ich den Falsche Taste Eine Was ist doch hier? Bist du die, die gerade hing? Ich weiß es nicht Glaube nicht Oh shit Ach hier Hat mir das Spiel Die Blutspucke geschenkt Und sie lief mir Vors Fenster Jetzt können wir natürlich gerade Die Generatoren nicht anspucken Wir haben noch ein Disconnect By the way, Leute Ja Sie kommt durch die Luke Oh, ist das euer Ernst? Habe ich so böse gespielt Dann war das Nee, die Luke war doch aber gar nicht da Oder doch, am Ende Nee War nicht da Ja Ich bin ein böser Killer Ja Wir haben Disconnects Hier drin Ich nehme die Runde jetzt aber Es tut mir leid Ihr müsst jetzt mit der Runde Vorlieb nehmen Ich hoffe, ihr habt trotzdem Bisschen Spaß Ich hoffe, nächste Runde wird ein bisschen besser Wie gesagt, aktuell ist es ultra nervig Mit diesen ganzen Disconnects Ich weiß nicht, warum Haben sie die Strafe rausgenommen? Ich weiß es nicht Drückt ihr Daumen, dass ihr nächsten Sonntag Eine spannendere Killerrunde seht Für heute bin ich erstmal raus Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bleibt gesund Bye bye Und ich winke übrigens wie immer Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020